Es hat nicht mit 9-11 angefangen, sondern die letzten 200 Jahre sind 200 Jahre, in denen, was die meisten hier im Westen vergessen, die Westeuropäer, also nicht einmal die Amerikaner, die Amerikaner kamen später, die muslimischen Länder brutalst kolonisiert haben und Millionen von Muslimen umgebracht haben. Also wenn man einmal überlegt, wer gewalttätiger ist, der Westen ist, und auch wir Westeuropäer, viel gewalttätiger gewesen als die muslimischen Länder. Wollen wir das so plakativ sagen, der Westen ist gewalttätiger als die muslimischen Länder? Ich will es nicht mit den Kreuzzügen anfangen, aber wenn ich später anfange, der Erste und Zweite Weltkrieg mit 70 Milliarden Toten, wer hat denn das angefangen? Das waren doch nicht die Muslime. Wer hat denn 6 Millionen Juden umgebracht? Das waren nicht Muslime. Das sind so gigantische Zahlen. Der russische Kommunismus hat 30 Millionen umgebracht, der chinesische wahrscheinlich, Mao Zedong, 40 Millionen. Das ist jetzt nicht der Westen, aber es ist im Grunde genommen der weise Mann. Die Muslime haben in den letzten 200 Jahren der Welt nichts Böses getan. Sie sind kolonisiert worden in den letzten 200 Jahren und ich habe, ich sprach ja vorhin darüber, dass ich in Algerien war, ich habe erlebt, wie die Franzosen Algerien versucht haben, platt zu machen, als die Algerier aufgestanden sind. Worin liegt dieser Grundkonflikt im Verhältnis des Westens zur islamischen Welt? Was ist da grundsätzlich schief gelaufen? Der Grundkonflikt liegt darin, dass vor allem die Westeuropäer, Sie sehen, ich mache einen Unterschied zwischen Amerikanern und Westeuropäern, die Westeuropäern, die Muslime, vor allem die Araber, wie Jean-Paul Sartre gesagt hat, wie Halbaffen behandelt hat. Wir haben diese Menschen nicht ernst genommen, wir haben sie wie Tiere behandelt. Die wurden ausgeräuchert, die wurden wie, ich zitiere jetzt französische Autoren, wie Schakale gejagt während der französischen Kolonisierung. Und da ist ein unglaublicher Zorn entstanden. Und er hat sich, als dann die Kolonisierung zu Ende war, haben die Amerikaner mitgeholfen, die Kolonisierung zu beenden und haben dann selber die Rolle des Kolonialherrn übernommen. Das heißt, sie haben angefangen, die Ölquellen auszubeuten. Sie haben angefangen im Iran, als die einmal einen demokratischen Präsidenten hatten, nämlich einen Premierminister hatten, nämlich Mossadegh, und als sie dann die Ölindustrie verstaatlichen wollten, dann haben sie ihn zusammen mit den Engländern weggeputscht. Und das hat, und dann denken Sie an die ungeklärte Frage Palästina, und das hat zu einer unglaublichen Bitterkeit in der muslimischen Welt geführt. Und wie entsteht Terrorismus? Ich würde gerade fragen, ist dann quasi Terrorismus der Hauf aus diesem Zorn? Natürlich ist der Terrorismus eine Reaktion. Terrorismus entsteht durch Ungerechtigkeit. Und Terrorismus können Sie deshalb nur bekämpfen durch Gerechtigkeit. Und wir haben das Gegenteil gemacht. Wir haben, als die Terroristen zugeschlagen haben, und natürlich waren diese Anschläge Mordanschläge, das sind Mörder, die das World Trade Center angegriffen haben. Und wie haben wir reagiert? Darauf, dass es 3000, fast 3000 Tote im World Trade Center gab. Wir haben Hunderttausende von Irakern totgebombt, die nichts getan haben. Und wir wundern uns, dass es Terrorismus gibt. Kurz nachfragen, jetzt wird ja gesagt, nicht nur diese Zornerfahrung, diese Erfahrung der Ungerechtigkeit, nein, möglicherweise auch ein religiös begründeter Terrorismus in einer Religion, in einer falsch verstanden und aufgekleideten Religion. Nein, das ist auch falsch verstanden. Die drei Religionen, Judentum, Christentum und Islam, sind alle drei abrahamitische, monolithische Religionen, monotheistische Religionen. Sie stammen, sie haben alle denselben Vater. Gut, was aber nicht verhindert würde, dass die Wege danach sehr unterschiedlich sich entwickeln. Ähnlich. Sie sind so ähnlich. Ich habe mir die Mühe gemacht, den Koran, das Alte und das Neue Testament einmal zu lesen. Das sind so unglaubliche Ähnlichkeiten. Die Muslime glauben an Jesus. Die Muslime glauben an Maria. Maria ist die einzige Frau, die im Koran erwähnt wird. Das wissen wir allerdings. Was würden Sie denn sagen, wenn jemand sagen würde, lieber Herr Präsident?